Joho Leute was geht und willkommen zu dem Info-Video ja ich weiß habe es uns öfter gesagt ja David machen einen Streamplan machen einen Streamplan aber finally habe ich tatsächlich einigermaßen guten oder ich hoffe zumindest einigermaßen gut ist Streamingplan ausarbeitet auserkoren den ich euch jetzt hier ein bisschen mal zeigen möchte oder einfach mal etwas pressen möchte und dann wird es euch einfach mal aus jeden Fall in die Kommentare schreiben was irgendwer davon haltet und sagt ja auch wenn cool oder ob ihr sagen findet es ein ähnliches cool unabhängig davon wie lange ist in der Einheit es ist wirklich alles deshalb ohne Gewehrverein aber auch einfach nur ein Test weil ihr wisst es ist mir absolut klasse hockt da auch zwackert ihn aus hause rum aber trotzdem es ist nicht alles so optimal deshalb kann es sein dass es konversiv geht aber es willst du probieren das ist immer so eine gute Sache also mein Plan ist folgender mein Plan ist jetzt der das ist ab sofort wieder täglich ein Video hochladen und zwar deshalb erst mal Supermarsch The World irgendwann die Tage werden das ganze auch starten ein Video pro Tag ist mein Plan und dann werde ich noch ein paar Mal Livestream das unregelmäßig unter der Woche wann ich halt Zeit habe geplant wäre aber nagelt es mich jetzt nicht darauf fest Dienstag Donnerstag und Samstag längere Streamen das wär zu meine Vision ob das im Streaming Club weiß ist weil ich weiß nicht wie viele ich täglich immer zu tun habe und wie stark ich da irgendwie mal unbelastet bin oder auch nicht also darf nichts festmachen aber täglich ein Video darf ich auf jeden Fall machen das bleibt auch und das steht auch so weit und das wird auch höchst was sein ist dann auch so sein wie gesagt bitte nicht hier ans ich kreuz lage wenn irgend ein Tag kein Video kommt aber klar ist wirklich so täglich ist die ist der Asad erstmal zum Beispiel die Welt ein bisschen im Hinblick mit ich glaub mal war es auch ähm mit Topia weil es auf jeden Fall als Plan wäre mit euren Mies ich hoffe jetzt auch mal die Community wieder ein bisschen hoch post bei mir das muss ich mal schauen ich weiß auch nicht ob es jeden Tag und jeweils sein wird es wird auch ab und zu Animal Crossing sein es war auch wirklich Animal Crossing alles abstehen zu bringen weil das ist auch so ein tolles Spiel also ich hab wirklich Pläne und ich brauche jetzt die nächsten Wochen eher noch Zeit diese Pläne wirklich auch so vorzuproduzieren vor allem weil wenn ich mir das bringen will kannst du nur Wochen eher vorzuproduzieren wenn ich ja Zeit hab und dann will ich schauen dass das irgendwie hinbekommen aber das wird das hinbekommen und mal lieber erst einmal zu einer fetten Umstrukturierung die diesmal auch funktioniert so wie gesagt na das müssen wir nicht fest aber es hat prinzipiell im Plan wie ich habe gesagt dass es immer wieder täglich ein Video kommt ich schau auch das in der Kanalbeschreibung auch wieder so auf den Ablaufplan mal wieder auf die Beine stellen und dass ihr auch wisst wann ihr mit dem Video resten könnt das wäre Step 2 wir stehen aus 3 Steppen Step 1 täglich ein Video bringen Step 2 sich ganz in den Ablaufplan bringen Step 3 immer mal wieder live streamen und Step 4 wenn Step 1 bis 3 fest läuft heißt wir haben einen festen Ablaufplan mit Videos die täglich kommen wir haben einst einmal in der Woche eine Aktion das live gestreamt wird dann dann ist Hochabstudenten auf 2 wieder so brutal dafür muss aber erst vorabend 1 bis 3 gelungen sein als auch ihr muss genug Zeit haben dafür jetzt sind wir bei Step 1 erstmal Pilot Testweise für den restlichen April täglich ein Video dann schauen wir wie gut das klappt und dann schauen wir halt ob wir das ganze noch auch ausweiten werden auf die nächsten Wochen müssen wir schauen erstmal wie gesagt jetzt bis zum 3.6. April probieren das gerne einfach mal testweise und am 1. Mai Mai Feiertag werden wir jetzt wieder hier sitzen und ein Update wieder hochladen und dann schauen ob es geklappt hat und dann vor allem wie wir dann weiter fortfahren das ist mein Plan das soll jetzt was mit dem Info Video gewesen sein und so und so und so dann